Der Regierungsbezirk Gießen mit Verwaltungssitz in Gießen ist ein historischer deutscher Regierungsbezirk, der vom 1. August 1848 bis zum 12. Mai 1852 bestand Geschichte. Infolge der Verabschiedung der Polskirchenverfassung durch die Frankfurter Nationalversammlung kam es zum 31. Juli 1848 zu einer territorialen Neuordnung des Großherzogtums Hessen. Die h. Die bislang aus Provinzen und Kreisen bestehende Verwaltungsgliederung wurde in 10 Regierungsbezirke umstrukturiert. Durch die Teilung des Regierungsbezirks Mainz in zwei Regierungsbezirke erhöhte sich diese im Jahr 1850 auf 11. Friedrich Küchler wurde 1848 Dirigent der Regierungskommission des Regierungsbezirks Gießen. Fläche Der Regierungsbezirk Gießen mit einer Größe von 732 Quadratmeter war auf dem Territorium des heutigen Bundeslandes Hessen gelegen. Er umfasste den Stadt- und Landgerichtsbezirk Gießen, den Landgerichtsbezirk Grünberg, sowie den Großteil der Gemeinden der Landgerichtsbezirke Lich und Laubach sowie die westlichsten Gemeinden des Amtes Ulrichstein, sämtlichst aus der Provinz Oberhessen.